Wir haben beschlossen, ein Kind zu haben, weil wir hatten ein freies Zimmer, so eine Art Rumpelkammer. Und je länger ich mir den Saustall darin angeguckt habe, desto klarer ist es für mich gewesen. Ein Kind. Bei den Arbeitszeiten kommt man ja zu nichts. Die Spätfilme sind erst nach Mitternacht zu Ende. Da haben Sie sicher einen Schlüssel für den Vorführraum gehabt. Schon, ja. Sagen Sie, dieses Netzgerät gehört nicht zufällig Ihnen, oder? Was? Nein. Sicher. Das haben Sie auch noch nie in der Hand gehabt. Nein, das habe ich noch nie gesehen. Nein, das habe ich noch nie gesehen. Nein, das habe ich noch nie gesehen.